Folgt mir! Nachricht erhalten. Sieht aus, als waren unsere Freunde einmal normale Menschen und Tiere. Bis sie irgendwie manipuliert wurden. Vom großen Unbekannten. Eine technische Meisterleistung. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Der Empfänger in ihrem Nervensystem. Die Bastarde werden ferngesteuert. Hier oben ist das Signal sehr schwach, aber eure Scanner empfangen es klar und deutlich. Es scheint von einem Ort sieben Blocks östlich von euch zu kommen. Ihr seid in der Nähe einer alten Skytrench-Station. Soweit ich weiß, steht dort in einem Hangar eine halbwegs funktionierende Bahn. Sie wurde vor ein paar Jahren von einigen Wartungsingenieuren benutzt. Der Zug bringt euch zum Zielpunkt. Dein Ring Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich brauche Hilfe. Ich bleib zurück. Ich brauche mir noch und dann etwas mit dem Druck. Ich brauche mich, aber etwas mir zu kommen. Ich brauche mich, dass ich die große Arschung nehmen kann. Ich brauche den Arm weh. Das war's für heute. Gegenstand Regenerier-Nachricht erhalten. 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 Zugang verweigert Zugang erteilt Unterbrecherverbindung Lade Daten Zugang verweigert Zugang Attack aktiviert Unterbrecherverbindung Lade Daten Zugang 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 Das war's für heute. Ich weiß nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nade auf ZDF für funk, 2017 Nade auf Folgt mir! Folgt mir! Ich repariere es! Und das, und das! Ich brauche Hilfe, bleib zurück! Ich brauche Hilfe, bleib zurück! Lade Daten! Ich brauche mich! Ich brauche Hilfe! 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 Ich brauche mich! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020